Heute scheint das Früh loszugehen und ich seh endlich mal fast elf abend. Wunderbar. Der Fluchvogel fängt den Wurm, die Sonnerloch. Die Gastfreunde machen sich derweil lieber für ihre Gedanken zur heutigen Gastgeberin. Wie können Sie die für zuhört sein? Was ist denn der Langsabend? Ich denke, die wir das schon presentieren wollen im Langsabend haben. Das heißt, drei Orte leistet bis zum Hochschritt. Das heißt, die Sonnerloch und die Sonnerloch und die Sonnerloch. Das heißt, die Sonnerloch und die Sonnerloch. Das heißt, die Sonnerloch und die Sonnerloch. Das ist eine ungegene Größe. Das ist ja, wenn man auf unser Telefon nicht will. Das ist ja auch ein gelandet gewesen. Es ist auch... Es ist eine Wohnung einfach. Es ist zu groß ist ein Ort, dann ist es schwierig, denke ich. Oder irgendwie... Ja, okay, Mama. Das ist eine große Größe. Das ist ja auch ein bisschen. 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 Ich komme gleich am Anfang. Wie soll ich nicht mehr machen? Nein! Ist das auch? Das ist das Beste, wenn es da so ein Kuchen ist. Ich tue jetzt mal die Kekse weg, weil ich glaube, das sind die Kekse immer wieder. Ja, wenn ich die Kekse habe, diese schwarzen Kekse habe, am Kuchen aber auch, das Kekse. Oh, ich sollte meinen Kuchen, glaube ich, wenn wir langsam aufessen. Ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht. Ja, da gebe ich jetzt was anderes. Was ist das? Also die Schweizer haben geschrieben, dass sie zum Schübertrag kommen. Sehen wir, wie war es der Schweizer? Die haben sie schon vorhin schon eine halbe Höhe zu haben. Und sie hoffen, dass beide uns kommen können. Ok? Vielen Dank. 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 Vielen Dank.